ein wunderschöner wieder euer odin und ich begrüße euch zu einem neuen video und zwar wir sehen zu dem hdmi matrix switch mit hdmi matrix switch mit audio extra extralator mensch viermal also hdmi viermal zu zwei also vier eingänge zwei ausgänge 4k und hdr wird unterstützt 3d wird unterstützt 4k mit 60 hertz nicht diese 30 hertz wird viele machen 60 so und wir hatten wird ja schon ausgepackt das ist praktisch das alles also wir haben eine anleitung die leider nur in englisch ist der fernbedienung haben wir mit bei und den stromkabel und halt produkt an sich wir packen jetzt erstmal die fernbedienung aus so hier sind auch für sicherheits pinöbel dritte die dritte wie ihr seht ja wir können hier praktisch 1 2 3 4 quellen hier und her schalten wir können separat aber hoch und unterscheiden wir die quellen wir können an machen und wir können aus machen und hier unten haben wir den persu auto und auf dann 51 also wir haben hier keine die xbox steuerung am gerät gerade sondern wir stellen die teilt mit der fernbedienung ein wir können spdf an und ausschalten arc 2 chinch 5.1 chinch also praktisch zwei zu null zwei boxen oder fünf boxen und eines subwoofer dass das signal da so rüberkommt pass-through logischerweise auto arc wir können halt hier nicht praktisch die einzelnen quellen pro ausgang machen sondern nur sagen was ausgegeben wird und das was ausgegeben wird wird auf beide ausgänge ausgegeben also a und b oder hier ist es vielleicht eins und zwei ich weiß es nicht das machen wir mal rüber den stromkabel auch rüber so und das ist die die sieht richtig sexy aus die ist glänzend hier mit dem grünen und das logo auch grünen solar space hier steht es auch noch mal drauf 4 zu 2 4k hdr hdmi matrix switch plus audio extrallator und hier auch noch mal hdr 4k 60 hertz 4x 4x4 dividiert durch 4x4 dividiert durch 4x4 das ist halt die übertragungsrate und arc steht hier auch drauf noch gezeigt und ist wirklich ein schönes teil hier vorne haben wir dann praktisch die die vier hier haben wir praktisch die vier eingänge jeweils mit das arc und hinterher auto wir haben hier kein knopf wo wir das separat hin und her scheiden könnt wie gesagt wir haben nur die möglichkeit zu sagen hdmi 123 und ergibt das auf beide wieder also praktisch das für alle biete und hier ist ein auto droht tschuldigung habe ich versprochen hier sehen wir beim spdf wartet mal ich muss mal hier ein bisschen ich weiß ich es sieht ihr seht es vielleicht etwas schlecht vielleicht wird es dadurch hat besser ja ein bisschen besser wird es steht auch leicht nur drauf spdf und es ist halt fünf punkt eins alles also wenn die alle vier leuchten aber fünf punkt eins hier war auto ja ich habe es wird es so alles also etwa 3 geht auch raus geht die leuchtet wenn wir den zwei kanal ton anhaben und das leuchtet für spdf also wenn wir kopfhörer angeschlossen haben da klicke da leuchtet der dann halt hier also ja leuchtete klicke an ist der zwei kanal ton alle leuchten beim fünf kanal ton oder der klicke der kopfhörer wird nicht leuchten beim fünf kanal ton und dann haben wir hier noch pass und dann haben wir hier den ir sensor der drohte der sorgt dafür dass er mit der fernbedienung da steuern können und wir haben den ganzen steuerelemente haben wir natürlich auch nicht auf der fernbedienung wir haben die auch am gerät hier vorne drauf ich gehe mal von hinten durch ja war auto das ist der werde der auto das haben wir audio da wenn wir dann halt beim audio wahrscheinlich hin und her wechseln können also das war der 2.0 dann haben wir hier spdf und kopfhörer kann man dann halt ausschalten oder wechseln zwischen den einzelnen dann haben wir hier arc an oder aus und hier haben wir den switch ein switch nur und damit zwischen wir dann praktisch die hdmi eingänge also aber wie gesagt ihr könnt hier nicht sagen was auf 1 reinkommt möchte ich halt auf ausgang a haben und auf ausgang b möchte ich was auf 2 reinkommt das geht nicht ihr könnt halt nur vier geräte anschließen und die werden dann gemeinsam auf beide ausgänge ausgegeben ich weiß nicht ob es davon auch eine version gibt da müsste ich mal gucken wo man das mit zweimal machen kann das weiß ich jetzt nicht und dann haben wir halt hier noch einen an und ausschalter so hier haben wir eine indirekte belüftung das gehäuse ist aus metall und dann haben wir die schlitze und hier unten auch dadurch wird indirekt belüftet und wir brauchen kein ventilator da drin also lüfter aber ich sage immer ventilator weil die immer so ziemlich laut sind soll ich super da ein stück raus und das ist die rücksäte vom gerät da haben wir ganz rechts haben wir dann den stromanschluss da kommt der stromreil dann haben wir hier unsere vier quellen die wir haben die wir einschließen können bei mir wäre das dann praktisch die auf 1 die ps5 auf 2 die xbox auf 3 die die switch und auf 4 würde dann die ps4 kommen bei 4 aber egal so und dann haben wir hier die ausgänge out b out a und haben wir noch spdf out das ist praktisch der optische und kopfhörer können wir auch anschließend klicke wenn wir das wollen würden beim spdf quatsch beim optischen beim hdmi steht oben noch bei out a dass er arc unterstützt also praktisch könnt ihr ja praktisch arc zu der dolby anlage oder so weiterleiten damit der ton dadurch über hdmi weiterleitet wird war das glaube ich hrc oder ich kann mit den audioformaten aber durcheinander und oder eingagg weiß ich gar nicht audio only hier steht der audio only also da kommt audio nur audio aber die gibt auch video aus ich habe keine ahnung werden wir sehen wir werden gleich testen aber ich finde die vom optischen finde ich den richtig schick richtig richtig schick packung weg packen weil die brauchen wir jetzt nicht wenn wir gleich videos mache ich bin gespannt und ich bin vor allem gespannt ob er 4k hdr so weit runter also zu 2080p machen kann oder dass das bild bildlich wird wie bei allen anderen da bin ich sehr gespannt da bin ich richtig richtig gespannt so nichtsdestotrotz hoffe dass euch das video gefallen hat wenn es euch gefallen hat däumchen wert träumchen wenn ihr fragen zum gerät habt einfach in die kommentare posten ich werde gleich noch video machen halt wie gesagt anschließend und dann halt testen werde ich euch oben in der rechten ecke verlinken also müsst ihr jetzt auf plumpen irgendwo und oder einfach mal drücken und dann kommt ihr zum unboxing video und zudem hardware check video also anschließend ich bin jetzt auch wirklich weg bis zum nächsten mal ahoi sagt euer odin